Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Kanal Dieter. Heute mache ich die Trampolin Challenge und mit dabei ist... Hallo? Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Kanal Dieter. Heute mache ich die Trampolin Challenge und mit dabei ist... Eichel! Und auch mit dabei ist... Tim Langer! Und das erste ist eine Schraube um 360 Grad. Ok! Und als zweites einen Förwärtshalto aus den Knien. Ok! Let's go! Und als nächstes eine Agentenrolle! Let's go! Wow! Was jetzt? Die letzte Challenge? Ein Frontflip! Ja ok! Das schaffen wir schon! Ich hoffe euch hat das Video gefallen! Und dann ist unbedingt ein Daumen nach oben und ein Abo da! Und bis zum nächsten Mal! Ich glaube du kannst auch ausschalten! Naja das wollen wir alle sehen! Das... Oh bitte! Nee! Boah! 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 Ich will dir kein Blödsinn schreiben, ist die Kommen. Wir sind die frechesten Görlis.